Der hüpft da rum wie ein Gummibärchen. So, das hätten wir. Dann würde ich mal sagen, ja, genau. Aber wir selber haben die 24, das ist immer lächerlich. So, das ist immer lächerlich. Okay, jetzt müssen wir sich selbst mal kurz heilen. Nicht, dass man hier noch stirbt. So, das ist immer lächerlich. Oh, Mist. Alles nur Mist. So. Tacho. Was für ein Tako. Höfen Tacho. Die Ergebnisse sind viel besser, als sie vielleicht aussehen. Juggernaut. Such einen Tank. Mr. und Mrs. Suf. Das ist ein Gülen-Name, wohlbemerkt. Ich mach das, was ich am besten kann, heilen. Ich mach das. 5-4-3-5-3-3-bop. Tacho. Tacho. Melлар J Cs. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. So das hätten wir. Achso Vernichtung der Exchange, da brauchen wir noch ein paar. Achja, ich würde mal sagen, in Heil am Nacken ist alles einfacher. Ach, da brauchen wir noch welche. Level 55, ich würde ihm nicht helfen, bin ich ganz ehrlich. Der machte hier eh nur seine GSP, GSR Quest, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. GPS, GSP, ach was weiß ich. Hier gibt es zigtausend Abkürzungen mittlerweile für irgendwelche Quests, weil das ist Wahnsinn. Du gehst mir auf den Keks, Junge. Ja, ich werde angegriffen, wie immer. Ich sehe einfach viel zu gut aus wahrscheinlich, weshalb ich nur First Target bin. Ja, ich werde überraschen. Und jetzt? Ja. Das war's. 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 Das war jetzt noch unnötig. Da hätte man jetzt ja einmal schick in den Kreis gehen können. So macht man sich ein bisschen Arbeit mehr. Aber naja, was soll's. Aber naja, was soll's. Das war's. 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 Achso, wir sind schon im Prinzip fertig. Das sind schon fertig. Zerstöre Vorratskisten. Achso. Die Bonus noch. Ach Mensch ey. Warum macht man es sich immer so schwer. Da drüben standen noch welche. Das war's für heute. So, also ich bin hier fertig, die anderen scheinbar auch. Jetzt verdufte ich mich einfach mal. So, also ich bin hier. Hat wahrscheinlich noch kein Fahrzeug. Ach, ich habe euch für eine Ehrenmedaille vorgeschlagen. Unsere Spionage-Droiden registrieren bereits eine Veränderung der Kommunikation. Die Dörfer sprechen darüber eher aufzugeben als zu verhungern. Ich gehe davon aus, dass wir euch danken müssen. Ja, das solltest du. So, äh, sprechen wir über Credits. Wir müssen nur noch die Bezahlung regeln. Dann sind wir fertig. Aber sicher. Eine Belohnung für jede Karawane, die von unserem Radar verschwunden ist. Ohne die Unterstützung der Exchange wird dieser Planet dem Imperator rascher die Treue schwören, als ihr Luftangriff sagen könnt. Luftangriff. Und nu? So. Baby. Beziehungsweise Bye-Bye, wer es nicht kennt. Rechtsklick. Gruppe entfernen. Wollte ich schon sagen. Gruppe verlassen. Dieser, ist das ein Bug oder so, dass man hier die Leute dann nicht mehr rufen kann? Habe ich nur dieses Problem oder auch andere? Ja. Dass das trotz einmal Gruppen verlassen gesagt wird, ja, maximale Gruppengröße bereits erreicht. Aber habt ja nicht zu viel Spaß ohne mich. Ach, ohne dich ist mir viel zu langweilig. Eine Aufgabe nur für Sie. Oh, danke. Ich weiß doch gar nicht, was ich ohne dich machen soll, Marco. Zeige alle autorisierten Ziele an. Reiseroute bestätigt. So, ein bisschen Technik. Ausdauer Willenskraft. Auch consack. Ich weiß doch gar nicht, was ich Perdere. Ich kann auch noch fragen Oder wohl nee Erstmal Quest abgeben Wenn wir schon mal wieder hier sind